An sich kann man sagen, gibt es genau zwei Gründe, warum es Minecraft Waro heute nicht mehr gibt. Grund Nummer eins ist, Ende 2017 sollte Minecraft Waro eigentlich starten. Hier wäre das große Problem gewesen, jemand hatte sich die Markenrechte für den Namen Waro News gesichert und GLP wollte genau dies nicht, dass halt jemand die ganzen Rechte dafür hat. GLP hat sich aber dann darum gekümmert und nach einiger Zeit die Rechte für den Namen Waro und auch die Rechte für die Waro News bekommen. Somit waren alle Zeichen eigentlich dafür, dass Waro Ende 2018 starten sollte. Nun kommen wir auch zum zweiten Punkt und das ist das PvP-System. GLP war mit dem PvP-System, welches in der 1.9 neu hinzugefügt wurde, absolut gar nicht zufrieden. Er wollte, dass Waro 5 etwas Neues wird, was es zuvor von Waro 1 bis Waro 4 nicht gab und das kam einfach mit der 1.9 nicht. Dann wurde so mehr oder weniger entschlossen, dass man einfach wartet, bis irgendwas Neues, was das PvP-System angeht, hinzugefügt wird und darauf warten wir bis heute.